So meine Freunde und Willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Wir sind hier stehen geblieben und bei mir ist was stehen geblieben. Äh, ne, doch nicht. Hallo Roger und Dodger meine Friends und wir machen hier heute weiter an Welt 3, denn wir sind hier noch nicht ganz fertig. Uns fehlt noch ein Level, was ihr mir in die Comics gepostet habt. Nochmal vielen Dank dafür, ihr habt mir gedacht, Hey Zero, so Mario Kart Level, wartet noch hinten, gechillt in der Ecke auf dich, yeah, yeah, yeah. Und warum hatte ich mir mit dem Kopf so, keine Ahnung, ey. Ja, ich war beim Friseur, yeah, Chitty Gander Cut, dies, das. Und wir machen jetzt mal weiter beim Bergpass Sprint. Und, ja, Mario Kart Level, sagtet ihr. Und deswegen nehmen wir auch gleich Mario, würde ich sagen. Da brauchen wir gar nicht lange diskutieren und. Da muss ich mal die Musik gelauern machen mit der Fernbedienung, ne? Alter, wie geil ist das denn? Dü, 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 dü. Was? Zur Hölle? Wie geil ist das? Voller Sprint, ey, hier ist noch irgendwas, oder? Tatsächlich eine Glocke! Miau, miau! Geil, Alter. Das ist wirklich ein grandioses Level, Alter. Die Idee erst mal so, Mario Kart Level zu machen und hier so zu springen, ey. Ist das geil! Hoffentlich gibt's davon mehr! Wow! Katzen Attack und... Miau! No! Boom. Hä? Hä? Komm hoch! Schaffst du! Miau! War knapp. Aber, das ist geil, Alter. Schockt ja total, ey. So, nochmal, ey. Das ist die Mario Musik vom Super Nintendo. Die ist mega geil. Da kann man nur mitzummen. Auch wenn ich das normalerweise nicht mache. Aber egal, ich muss es tun, weil wegen Mario. Mario Kart ist ultra geil. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf Mario Kart 8. Das wird mega krass. Weiß nicht, ob ich das LP'n werde. Müsst ihr mir die Comics posten, wenn ich davon überzeugt bin von euren Kommentaren. Dann wäre ich es vielleicht auch mal LP'n. Und was bringt mir das hier? Ist hier irgendwo eine Green Star Coin Münze. Whatever, Matter. Ich weiß es nicht. Und wieder gejumpt. Ist hier unten was? Nö. Hätte mal gut was verstecken können, ne? Man weiß es ja nicht. Und deswegen... Wow! Wir wieder die Kat Attack hier. Kat Attack, geil. Wow! Kat Attack! Ich hab mich ja nicht mal ver... Was war das denn? Ich hätte mich da so rankrabbeln können noch. Aber nein, Catwoman ist leider nicht in der Hürde. Wir müssen gleich mal peachen. Dann waren wir Catwoman, Alter. Haha, Catwoman. Habe ich als Partyüberschrift genommen. Keine Ahnung. Mir ist nichts besseres eingefallen. So kommt es sich aus der Partyüberschrift. Das merkt aber, glaube ich, dass es manchmal so nix überragendes da rauskommt. Ach, hier gibt es doch doch. Hier gibt es doch eine Sterne. Wow! Lass mal eine Kette in Ruhe. Bestellung schleifen. Achso. Hier war der erste so. Wow! Scheiße! Voll übersehen! Und jetzt war Speed. Geil, Alter. Alter, ist das geil. Das Level ist so ultra mega geil. Oh ja, das ist so geil. Ich geh steil und ich stehe auf Mario, sein Hinterteil. Das ist ultra. Gibt es irgendwas? Nee. Gibt Speed, Junge. Wui, ein bisschen rutschen noch. Sehr krass. Wow, wow! Oh, ich habe gedacht, ich sterbe jetzt, ey. Aber Nix da. Bams, Alter. Und wer ist einfach mittelgroß? Yeah. Durch die Hälfte und hier ist schon was in den Bäumen, oder? Nix da, keine Katze. Du Katze, du, ey. Gib mal die Katze her. Nee, jetzt absolut gar nichts. Absolutely nothing, meine Friends. Warum rennen wir weiter hier, wa? Mit dem Beschleunigungsstreifen ist richtig genial. Einfach die Idee, ey. Ach, das sieht doch hier. Das kennt ihr, dass ihr was ist. Wie groß das Bett eines Priesters ist. Das weiß doch jedes Kind. Und ein Häschen. Wow! Scheiße, das ist gerade meine Wii. Ich habe noch 10 Sekunden Zeit, ey. Gib Gas, Junge! Nein! Ich will nochmal! Ich muss eh das Level nochmal machen, Ben. Okay, dann machen wir es ganz spektakulär. Wir gehen einfach in den Tod. Habe ich mit Absicht gemacht, keine Sorge. Mir ist gerade diese Wii-Fernleiste da runtergefallen. Also dieses komische Ding ist sensorbar. Sieht ziemlich scheiße aus. Warte da einen Augenblick. So, ganz professionell hat keiner gesehen. Ja. Muss mal ganz professionell gemacht werden, ne? Und eine Arschbombe! Hier, ne? In das Ding da rein. Perfekt, ne? Muss ich sagen. Ich schneide das doch, glaube ich, auch nicht raus. Ich bin da viel zu faul für. Und ja, der dicke Mario, ne? Der dickere Mario ist doch nicht schneller als der kleinere, ne? Der kriegt es aber auch nicht hin. Magger! Das verarscht mich voll, das Bunny! Magger! Fuh! Ich will das haben! Voll die Scheiße! Das Ding verarscht mich total! Wie, es fällt nochmal was runter, ey. Oh, meine Hose ist runtergerutscht. Wartet einen Augenblick. Ich muss mir kurz bücken. Nein, das nicht. Vielleicht kriegen wir jetzt den ultimativen Jump hin. Bäm! Und whoop! Bash da, Mann! Was da los, ey? So, jetzt schneiden wir das jetzt hier den Weg ab. Oh, die Ohren ab! Boah, ist ja fast so schlimm wie Skoppel aus meinem Scheiß-Pokémon-YLB, ey. Was heißt Scheiß-YLB? Ey, es ist geil! Muss ich natürlich sagen, das ist geil. Es ist geil, und ich gestellte, und ich stehe auf Mario sein Hinterteil! Boom! Alter! Ist das geil! Düm, 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 ist ja richtig krass, ey. Arschbombe! Woo! Bam, bams! Und boom! Gejumpt, Alter! Ist hier noch was? Nö. Und zwei Piranhas, muss ich die platt machen? Nö, oh ne! Der hätte mal hoch springen müssen. Wir machen das ja gleich nochmal, Leute. Keine Sorge, ich hab da ultra Bock grad drauf, ey. Mario Kart, das ist sowas von geil. Geil, springen? Achso, da. Wee! Wir haben da nicht mal die goldene Flagge. Wir sind im Ziel, als erster! What you wanna do? What you gonna do? Wir haben so ein geil Feuerwerk bekommen. Warum? Weil es die Westarbeit ist, das war so die Vorpremiere. Ein Häschen! Voll süß, ey. Ich mag Häschen. So! Richtig geile Strecke. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit die Mario Kart Strecke machen. Die ist zwar ultra geil, muss man zu sagen, ne? Uh! Wir können auch zocken! Geil, Alter. Ich feiere das total. Egal, wir lassen uns Zeit, meine Freunde, habe ich ja schon oft gesagt, aber... Wir sind auch nicht hier... Oh, mal zufällig. Kein Tod. Luigi geht klar. Ah, ja, die Musik allgemein, ey. Luigi... Ne, der ist nicht der Schnellste, oder? Ich weiß es gerade gar nicht, wer der Schnellste ist, auf jeden Fall. Ich hätte die Katze gebraucht, ne? Umdrehen, Luigi! Wie abbremst... Mit seinen Füßen strampelt er die ganze Zeit. Ey, voll sweet. Wow! Scheiße, war's knapp. So, wieder rückwärts hier. Macht auch kein Mensch, schnell Mario Kartball rückwärts. Ne, ich will die Katze haben. Miau, miau. Die grü... Der grüne Jaguar. Der ist richtig schnell, ne? Genau, mit Katz ist man ja noch schneller, glaube ich, ne? Gerade, wenn Luigi mal so hoch springen kann, ey. Das ist ultrageil, ey. Ja, miau, miau, miau. Alle kaputt gerammt. Boom! Speed! Speed! Bam! Yeah, Alter, ich bin der Geilste, die Katze. Die Geilste Katze, genau. Ich muss die Katze aber behalten, damit ich die goldene Flagge kriege. Weil die goldene Flagge braucht man. Wie haben wir in die Comics geschrieben, meine Friends? Dankeschön dafür nochmal, dass ihr das so schön gemacht habt. Hat mich sehr gefreut. Ähm, wohl für das letzte... Die letzte Welt war's, glaube ich. Ja, ich glaube, das war die letzte Welt. Und ja, die brauchen wir natürlich noch machen. Wir wollen natürlich hier noch alles machen. Das wird ein ziemlich langes AP, glaube ich, werden. Das freu ich mich ehrlich gesagt sehr drauf. Weil lange AP springt, ja. Das ist immer geil. Und ja, was soll ich großartig sagen, meine Freunde? Komm ich da oben hoch jetzt? Ne. Wie soll ich denn da hochkommen? Kat Mario? Äh, Luigi? Ja, tatsächlich. Gechillt, Alter. Whoops! Achso, das wäre voll cool gewesen, wenn ich da reingefallen wäre, ne? Aber leider nicht, meine Freunde. Und ich bück mich hier so ganz komisch vor, ne? Ich sollte auch in der Kamera gucken, so. Ich bin der stattliche Zero, was wollt ihr tun? So ungefähr machen wir das. Und yeah, Kat muss sprung! Wie... Wie... Nochmal! Der war cool! Nochmal, wie, wie, wie! Genau die goldene Flagge erwischst. Weil wir der Beste sind. Und ich habe wieder geile Laune, ey. Das muss man nicht sagen. Ich habe gerade zwei Parts Y aufgenommen, die waren schon richtig gut. Und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir nochmal ein Luigi Mario Partys. Das ist anders. und der war göttlich ja ich habe heute allgemein sehr gute laune deswegen beim friseur gewesen ja es war gestern gestern friseur gewesen neue klamotten geholt alles mögliche schön gemacht weihnachtseinkäufe erledigt muss man gemacht haben auf jeden fall ich habe schon alles geholt alles in dem schrank drinnen deswegen so muss das zocken mal ganz kurz hier keiner sicher was ein bisschen von seinen weihnachtssachen jetzt hier ne das weh ich muss auch mal machen so ein bisschen zocken das können wir natürlich zack 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 johala 100 punkte was da los da wir sind der verstehe ich kann mal alles ja der katzen schlimmer ballerina und geld warum nicht nehmen wir doch gerne mit ja was habe ich mir gut ich habe meine schwester die gleiche kohle für meine eltern und ein paar sachen deswegen immer was ich meine elter geholt auf meine mutter so ein robbie williams album was er haben wollte habe ich das schon gemacht ja das habe ich schon gemacht okay dann stolzieren wir mal weiter mit der katze in die neue welt die neue welt hinein mein vater so ein paar angesachen und so ein t-shirt wo sollen so lustig so ein lustiges ding darauf ist was das denn jetzt ja was ist das es geht bei euch denn ab vom zischl von zischl gewährt eine an die audienz okay ein zischl was ist ein zischl ist das ich nicht lange aus dem komischen schwellern keine ahnung dann gehen wir mal zum zischl hin wahrscheinlich wahrscheinlich mal ne und machen mal zufall keine peach kein toad ich hab so ein glück ey mario ist der katman was ist das denn hier was ist das für ein level runtergerutscht die treppe das habe ich beim kollegen immer damals gemacht ey noch mal ne katze mitgenommen der hat so ne richtig geile holztrappe gehabt da haben wir uns drauf gesessen und immer runtergerutscht ey ziemlich geil ey ja falls ihr was war das denn aber so worauf jetzt ist mir runtergerutscht weil ich sagen wollte zum weihnachtseinkäufe normal ne kauft einfach das was ihr denkt zu kaufen SPRING ich mach das nicht mit absicht ich hab gar nicht schafft das ich hab das echt gesagt ich schaff das normal komm wir beim alter glocke jetzt machen wir aber ernst hier ne wir sind nicht nur rum spaß und spielen hier deswegen das geht auch anders hier ne also der zero der kann auch mal anders hoff ich mal dass es auch anders geht jetzt so wir machen jetzt wie normale spieler und machen eine arschbombe da drinnen und dann fahren wir los und haben eine kleine katze die angst hat und springen jetzt was ist das der könig der schlangen servus achso so geht das gar nicht so geht er auch nicht was bist du hier ok da kann ich da rauf gehen ja kann ich da ist ne cat oh die cat kann ich da hochklettern auf die teile ich glaub schon ne genau miau hilfe gib mir die suppe ok was jetzt wow muss ich auf seinen kopf springen wahrscheinlich da hat ein pflaster drauf ne das ist immer so ein gutes zeichen so gut deutsch da musst du draufschlagen du trottel da auf da rauf der schlägt die teller ab oh ja schlägt mal bam alter vor dem kopf und ich springe weiter hoch und brauche ich kann bam alter in das katzenklo wir sind im katzenklo 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 ja das macht den mario froh er macht ja einen haufen rein wie er will und ja das machen wir einfach mal noch eine katze von uns und hier die große schlange auf doom und bam alter was da los mega ass bombe auf doom alter das war ziemlich einfach ne muss ich sagen wow akrobatik mario die kleine katze auf die ich wenn wir drauf klettern oh ja ich gehe auf diese lange schlange hinauf was die frisst mich böse äh falte top hier wollte drücken meine glocke bist du böse? ne du bist lieb bist du böse? nein du bist lieb miau 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 und sprung attacke oh ja damit hast du nicht gerechnet wa? hätte es wohl einen taschenrechner holen sollen badum ditz oh yeah und ein greenster gibt es hier in diesem level werden wir uns natürlich noch gönnen mit catchjump woops ziemlich chillig ey das level war echt geil muss ich ganz ehrlich sagen das level war richtig geil mario kalle war geil das war ja ein bisschen lame der boss war geil der boss war wirklich geil muss ich sagen also das level war jetzt wirklich scheiße es war nur so hey hier ist boss und hey mach kaputt ja hab ich gemacht und jetzt ist er kaputt haben wir nix mehr leider nix mehr meine friends aber ist auch egal 14 minuten nehmen wir auf ach komm eins schaffen wir noch locker easy meine friends level beendet wahrscheinlich sind die ganz genau 14 minuten aber ich hab die groten timer an meinem handy und ja der sagt wir haben jetzt ungefähr schon so 14 15 minuten aufgenommen und das ist meine also noch ein bisschen zu wenig und wir natürlich noch in die nächste welt starten durch starten martin hier kaputt da das ding und goldene flagge und alles drum und dran was dazugehört und wir gehen weiter miau miau weee schon auf den bov gerollt da durch die rölle ne bergwelt und ne afrofee ok was machen wir jetzt das level damit eine armeise das sieht doch sweet aus hallo boots boots krabbeln ne krabbelei im canyon und ich hab mario genommen weiß ich nicht warum oh das sieht aus wie eine melone aber es ist glaube ich ein kaktus oder böse armeise böse armeise komm ich da rein kann ich da reingehen wow wo kommst du denn her das ist ein reingang oder was ist hier wow helfe diese böse da kann man aber schon reingehen oder bestes versteck ne das auch nix da hängt es da kann man verstecken in solchen löchern ey das wäre gut aber ist hier wohl noch nicht oder vielleicht kommt es noch weiß man ja nicht ne ich will noch nix hier aktiv wieso erstmal ein seitsprung hier hoch oder komm ich darauf hoch ja eigentlich muss ich da hochkommen mit dem seitsprung ja jetzt muss ich die nächste ameise benutzen als sprung brett fuck die da wollen nein 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 gehen die gar nicht tot die gehen gar nicht tot die hier muss ich nehmen bam salta richtig gut wow 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 ich werd vergewaltig von der ameise was ist da los pff okay da war nur so ein münzblock hat es hier voll gelohnt nicht wenn wir jetzt ein kann ich die auch bumsen so äh bumsen kann ich die auch werfen oder so nein ich kann die bumsen ja machen wir machen wir voll durch die melone da die kaktus ist gar nichts nö vornötig obwohl kann man dann nicht auch so hoch jetzt momentan muss ich mal ausprobieren okay da kommen immer die ameisen ne bringt er uns nix egal wie soll ich so viel rumprobieren wir haben auch nicht alle weltzeit wow scheiße ich wusste ich wer getroffen ich wusste das ich bin nicht so gut wow hilfe die musik ist aber geil ne was ist das denn das sind die stachelameisen das sind die roten ameisen die brennen wenn sie euch pipi machen in die augen ganz bloße okay die idee finde ich aber echt geil mit den ameisen so die können wir nicht kaputt machen die teile weil wir schlecht sind ist irgendwas da oben ich wusste es dass da was ist kann man schon mit cat mario hochlaufen hundertprozentig aber wir haben keine cat da ist der stempel den kann man doch easy peasy holen oder so viel dazu so easy peasy soll ich noch ach machen wir noch hier machen wir weiter hier nochmal das level macht gerade so viel spaß was macht so spaß ich kriege da auf jeden fall ne glocke jetzt also wenn ich das jetzt nicht wenn ich mich nicht ganz doof ansteck kriege das hin so skillweg was wollt ihr tun ich bin der skiller way yeah oh ja das war knapp ist hier oben was nothing wow nein nein gerettet 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 wir sind gerettet nein ich bin nicht schwanger oh god oh god oh god da oben ist auf jeden fall was hier kann man da hochlaufen kann man da hochlaufen jetzt das sind einfach nur münzen deswegen habe ich mir jetzt Katzenshut geholt geil märz 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 jemals ne wer will doch mal wer hat noch nicht und du auch noch bäm alter ok soviel dazu Mario ist aggressiv er will Ameisen töten wir haben den Stempel aber noch kein Stern ey was das denn geht gar nicht klar geht gar nicht klar da haben wir einen Stern wo das denn oh Mann Bäm wo bin ich soviel dazu wir haben es fast geschafft ah meine Freunde ich würde doch sagen wir machen erstmal hier einen kurzen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder Wenn es heißt Super Mario 3D World Ich hoffe der Part ist heute mir irgendwie gefallen Und dann geht es auch im nächsten Part schon weiter Haut rein meine Freunde bis zum nächsten Mal und ciao euer Zero